Musik Wie kann man sich verlieben und verliebt bleiben? Häufig, viele Menschen, verlieben sich ganz schnell. Aber dann dauert nicht auch so lange, bis die Liebe langweilig wird, uninteressant wird. Warum ist das so? Wie kann man sich verlieben und verliebt bleiben? Kennen Sie im Auto Cruise Control und Fahrt auf einer bestimmten Geschwindigkeit und dann alles läuft automatisch. Häufig geht es so auch in Liebe. Am Anfang wir geben uns viel Mühe und dann irgendwann alles wird selbstverständlich. Selbstverständlich erwarte ich von meiner Frau, dass sie soll alles organisieren und das Haus fähren. Selbstverständlich erwarte ich schon mein Mann, das soll immer da sein und wir unterstützen. Das ist ein großer Fehler. Ein Schlüssel in Liebe ist, Liebe ist wie eine Pflanze, muss jeden Tag begossen werden. Jeden Tag viel Sonne und viel Wasser. Eine Pflanze braucht einmal positiven Zugang. Sonne, so braucht auch die Liebe, die Ehe. Positive Ermutigung, konstant immer neu. Ohne Grenze wie die Sonne, aber auch Wasser. Auch Inhalt. Taten füreinander. Konkretten Taten. Die große Liebe ist nicht, wenn man sich auf einer Insel in Urlaub befindet, sondern wenn man Tag für Tag füreinander Dinge macht, auch wenn sie sinnlos sind in unseren Augen. Aber wenn meine Frau so etwas haben möchte, genau diese Farbe oder diesen Möbel-Lebungsstück oder diesen Gegenstand. Oder mein Mann möchte unbedingt seinen Tisch haben. Rein. Was auch immer. Weil wenn die Dinge gemacht sind füreinander, Vollzeit, nicht auf Autopilot, dann wird man nicht nur verliebt, sondern die Liebe bleibt. Und schließlich, weil man weiß, dass mein Inhalt eine Liebe hat, meine göttliche Perspektive in die Liebe bringt, dann verbindet uns etwas, die heuer als uns beiden alleine sind. Shalom.